Ja Tirza, erzähl mal was wir hier machen. Packen für Rumänien. Und was packen wir für Packen? Kleine. Leider. Und Maschinen. Super! Kannst du noch winken? Das ist jetzt alles Sigistetten. Ja, aber das, was hier unten durch war, das war eben Biedernähe. Sigistetten. Ja. So, der Lastwagen ist fertig geladen. Alle Päckchen sind drauf. Alle Landwirtschaftsmaterial sind drauf. Wir möchten euch nochmals ganz, ganz herzlich danken für eure Arbeit, Mithilfe, Spenden, für das Zurverfügung stellen von all diesen verschiedenen Hilfsmitteln. Auch der Klinik in Davos, dem Haslibrunnen, das Langer Tal. Alles, was gespendet worden ist, geht jetzt auf Rumänien. Wird dort verteilt an bedürftige Leute. Und sie werden eine gute Zeit haben, werden gesegnet sein, haben Kleider für den Winter. Und wir werden sicher weitere Bilder sehen von Rumänien, wo sie die Sachen in Empfang nehmen.